Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video werde ich euch unsere Hunde vorstellen und in einem extra Video werde ich euch mal unsere Meerschmännchen zeigen. Ich würde sagen, es geht gleich mal los. Der erste Hund, den ich euch vorstellen werde, ist er hier, der Cäsar. Er ist 10 Jahre alt und wird immer 11. Er ist ein Golden Retriever, Berner Sennenmischling. Und man sieht es vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber er ist ein bisschen zu dick. Er ist ein bisschen übergewichtig, man sieht es nicht gut. Aber der Tierarzt sagt, er muss mindestens 5 Kilo abnehmen. Ja, das war es eigentlich auch schon. Das hier ist die Luna. Die Luna ist ein Wolfshundmischling. Man weiß nicht genau, mit was sie vermischt ist, weil sie in Rumänien auf der Straße geboren worden ist. Ja, und dann halt ins Tierheim gekommen ist und dann nach Österreich gebracht worden ist. Sie ist 5 Jahre alt und wir haben sie eine Woche nach dem Cäsar bekommen. Jetzt zeige ich sie euch nochmal ein bisschen genauer. Das ist sie. So, das hier ist der Niki. Er bleibt leider nicht so ruhig sitzen wie die anderen. Ja, der Niki ist ein Jahr alt. Er ist im Oktober ein Jahr alt geworden. Und er ist ein Mittelspitz. Und was bei ihm auch auffällt, er ist sehr, sehr unruhig und sehr verspielt noch. Der kann einfach nicht ruhig sitzen bleiben. Er muss immer irgendwo hinstürmen. Er ist ein Mensch. Untertitelung des ZDF, 2020